Und Deutschland war geschlagen und alles lag in Schutt. Das Reich von tausend Jahren war zerschlagen und kaputt. Drum lasst uns heutige Denken, den Opfern dieser Zeit, geschlachtet von den Metzgern der braunen Unmenschlichkeit. Und Deutschland war geschlagen, es war die Stunde null. Chancen, Neues zu bauen, schien damals unmöglich zu sein. Drum lasst uns heute feiern, dass der Faschismus unterlag und aus der Asche der Vergangenheit eine bessere Zukunft anbrach. Im heutigen Deutschland, da zeigt sich erneut dieser braune Spuk. Dumpf zieht er durch unsere Straßen, man fragt sich, wann werden die klug. Drum lasst uns heut nicht vergessen, dass der Faschismus Menschen bedroht. Uns mahnen Millionen von Toten, die damals ihr Leben verlor. Uns mahnen Millionen von Toten, die damals ihr Leben verlor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017